5 Alternativen zu ChatGPT. Bist du bereit für eine KI-Revolution? In diesem Video zeige ich dir 5 unglaubliche Alternativen für ChatGPT, die dich inspirieren werden. Egal ob für Studenten, Kreative oder im Business-Umfeld, diese Tools werden deine KI-Welt verändern. Tipp Nummer 1 gilt als ultimativer KI-Assistent, der genauso clever wie ein echter Assistent ist, bloß ohne Wartezeiten und Ausfälle. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Dann lass mich dir Claude vorstellen. Dieser KI-Chatbot von Anthropic ist der neue Star am KI-Himmel. Er ist super schnell, immer verfügbar und hat ein beeindruckendes Wissen. Das Beste, Claude kann komplexe Aufgaben meistern und sogar Codes analysieren. Ob für die Arbeit oder zum Lernen, Claude ist dein zuverlässiger Begleiter. Frag ihn mal was und du wirst staunen, wie einfach und effektiv Gespräche mit einer KI sein können. Tipp Nummer 2, mach dich wieder fit, wenn du müde von ChatGPT bist. Kennst du das schon? Gemini, ehemals Bart von Google. Dieses KI-Tool ist echt der Hammer und noch dazu kostenlos. Einfach mit deinem Google-Konto anmelden und loslegen. Gemini ist super vielseitig. Von kreativen Ideen bis hin zu Rechercheaufgaben und Bildererstellung. Der Zwilling lernt ständig dazu und wird immer besser. Probiere aus, wie schnell Gemini deine Produktivität steigert. Mit der Advanced-Version gibt's einige Features mehr, aber die brauchst du vorerst mal nicht. Tipp Nummer 3 ist ein echter Geheimtipp für deine nächste KI-Erfahrung. Vergiss ChatGPT und Co. Lass uns über Coher reden. Diese KI ist ein echter Game-Changer. Mit Coher kannst du nicht nur chatten, sondern auch komplexe Texte analysieren und sogar eigene KI-Modelle trainieren. Die Technologie hängt in vielen Oracle-Produkten und ist in die Software Salesforce integriert, was die KI vorwiegend ins Unternehmensumfeld schiebt. Coher ist super benutzerfreundlich und easy für Anfänger und Profis. Schau mal selbst, wie diese KI deine Arbeit revolutionieren kann. Tipp Nummer 4 ist ebenfalls eine KI, die ChatGPT in den Schatten stellt, vor allem für Marketing-Experten. Neugierig? Probier mal Jasper aus. Diese KI ist ein echter Game-Changer für Content-Erstellung. Jasper kann nicht nur Texte schreiben, sondern auch Bilder generieren und sogar bei der Video-Erstellung helfen. Du kannst Jasper auf deine Marke und deinen Schreibstil trainieren. So klingt alles authentisch, nach dir, ob Blog-Beiträge, Social-Media-Postings, Kampagnen oder Marketing-Texte. Worauf wartest du noch? Gib Jasper eine Chance. Tipp Nummer 5 ist nichts für KI-Fans, die denken, ChatGPT sei das Nonplusultra. Ich zeige dir eine Top-Alternative, die dich umhauen wird. Perplexity AI kombiniert KI-Intelligenz mit Echtzeitsuche im Internet. Es gibt dir nicht nur Antworten, sondern auch die Quellen dazu. So kannst du die ausgespuckten Infos direkt überprüfen. Perplexity ist super für Recherchen, Ideenfindung und um schnell fundierte Antworten zu bekommen. Probier auch mal die Pro-Version aus und lass dich überraschen, wie vielseitig und präzise Perplexity ist. Bevor wir zum Ende kommen, lass uns mal eben gemeinsam kurz durchschnaufen. Lass mir dann unbedingt einen Kommentar da, ob diese ChatGPT-Alternativen hilfreich für dich sind und gib mir auch gerne Tipps und Feedback zu diesem Video. Danke und bis zum nächsten Mal.